Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Verstanden. Ende. Keine Vorkommnisse. Keine Vorkommnisse. Habe verstanden. Wollen Sie mitfahren? Bereit für den Transport. Habe verstanden. Hat jemand ein Taxi bestellt? Schneller geht's nicht. Jawohl. Wollen Sie mitfahren? Habe verstanden. Höre Sie klar und deutlich. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Wir gewinnen diesen Krieg. Das ist ein Befehl. Wollen Sie mal an B anden DNG? Wollen Sie auf sagen? Wir sehen Sie mit Frankreich. Das ist ein Vorstand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kampfbereit! Ich habe hier das Kommando. Ich habe hier das Kommando. Voll auf die 12! Ruhe! Erhören! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Marsch! Marsch! Marschbereitschaft hergestellt! Zwei die Täter! An Alleinheiten! Feind gesichtet! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Weihnachten! Ist der Krieg vorbei! Ich höre! Marschgeschwindigkeit erreicht! Feind direkt vor eigener Stellung! An Alleinheiten! Feind gesichtet! Ich befolge nur Befehle! Indianer auf 3 Uhr Oberhalm! Drei Jagd! Scheiße! Sadeinen erwischt! Jagdflugzeug bereit! Ampulle! Start der Angriff! Scheiße! Sadeinen erwischt! Erwarte Anweisungen! Der geht in Flammenau! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Der geht in Flammenau! Verstanden! Kehre zurück! Hat jemand ein Taxi bestellt? Siebpunkt erreicht! Kauf mit euch! Wie lauten Ihr Befehl, Hauptmann? Hier und zwei! Feind gesichtet! Weihnachten ist der Krieg vorbei! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Marschbereitschaft hergestellt! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Marschbereitschaft hergestellt! Vorlauf die Zwölf! Gute Arbeit, Richtschütze! Jawohl! Jawohl, Hauptmann! Panzer Marsch! Verdammt! Hier ist ganz schön was los! Wenn in Reichweite Feuererlaubnis! Scheiße! Das war knapp! Taxi! Dort müssen wir hin! Hoch auf dem gelben Wagen! Wir wurden getroffen! Überprüft Waffen und Munition! Entschuldigung! Ach! Obst stürmt oder schneit! Marsch! Marsch! Ziel ausgeschaltet! Jawohl, Hauptmann! Feind gesichtet! Panzer! Halt! Was sind Ihre Befehle? Marschgeschwindigkeit erreicht! Wir wurden getroffen! Tonnen-Schwarze! Jawohl, Herr Kommandant! Verstanden! In Ordnung! Zweiter Zug einsatzbereit! An alle Einheiten! Feind gesichtet! Überprüft Waffen und Munition! Jawohl, Hauptmann! Panzer vorwärts! Marsch! Was sind Ihre Befehle? Panzer Marsch! Höre Sie klar und deutlich! Max! Das ist kein Umfang! Das ist ein Umfang! Das ist ein Umfang! Wie nicht? Mit dem Hauptraum kommt? Er ist ein Umgangsschlauch ab! Verdammt, ich wurde schwer getroffen! Was sind Ihre Befehle? Mich hat's erwischt! Volle Schwarze! Rot 1 an alle, Funküberprüfung! Kommen! Verstanden! Ich habe hier das Kommando! Sanitäter! Höre Sie klar und deutlich! Marsch, Marsch! Sanitäter! Indianer auf 3 Uhr Oberhalden! Sanitäter! Wir wurden getroffen! Unsenbleiben! Unsenbleiben! Ich habe hier! Ich habe hier! Die Duhl. Abwarten Anweisungen! Oh, die Duh! Fahren Sie fort, Vodo! Adler 1, bereit! Verdammt, ich wurde schwer getroffen! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Der geht in Flammenhau. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Keine Vorkommnisse. Die Duhl. Die Duhl. Die Duhl. Die Duhl. bassgerät aus 200mphig Die Duhl. magnifánt Leitstelle, bereit zum Angriff. Führe Tiefflugangriff durch. Der Motor überlegt. Der Motor überhitzt. Und ich ebenso. Hat jemand ein Taxi bestellt? Den hat's erwischt. Ich höre. Hör das Vaterland! Hier war zwei, weit gesichtet. Hauptmann. Taxi, dort müssen wir hin. Aufgepasst, Männer. Es geht los. Bleibt im Deckung! Road 6, Kampf bereit. Feind direkt vor eigener Stellung. Scheiße! Das war knapp! Falltreffer! Sie ist zerstört! An Alleinheiten! Feind gesichtet! Wie wäre es mit Kopfschmerzen, Schweinehund? Ah, es hat mich erwischt! Ruhe! Erhören! Verdammt! Es hat mich erwischt! Zweiter Zug einsatzbereit. Feind direkt vor eigener Stellung. Ich höre. In Ordnung! Feind direkt vor eigener Stellung. Wir müssen hier raus! Von dem Täter! Zieh den Arsch an, Hans! Zieh den Arsch an, Hans! Lasst mich raus! Ich will nach Hause! Lasst mich gehen! Ah, es hat mich erwischt! Unsinn bleiben! Bombasso Kiesel-Liedbend. Könnyu-Zählbund. Indiana auf 3 Uhr umhören! Ich habe gerade Unix-Zählbund, Tod. Ich habe gerade Unix-Zählbund. Zieh den Arsch an, Hans! Indiana Frau ist bereit für den Angriff. Ach, verliebt, wenn dich vor du kommst, ich's ehrlich. Bleib! Verdammt! Ich wurde schwer getroffen! Horidoo! Jagdflugzeug bereit! Wir müssen ihr raus! Marsch, Marsch! Verdammt! Es hat mich erwischt! Auf Wien haben sie es abgesehen. Führe Tiefflugangriff durch. Zieh den Arsch an, Hans! Taxi bereit! Verdammt! Es hat mich erwischt! Kehren zurück zum Fliegerhorst! Zieh den Arsch an, Hans! Volltreffer! Sie ist zerstört! Jawohl, Herr Kommandant! Jawohl, Herr Kommandant! Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Auf mein Kommandant! Feuer aus allen Rohren! Sanitator! Zieh den Arsch an, Hans! Schöpfen! 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 Bereit zum Feuer, Kommandant! Alles verschossen! Verdammt! Es hat mich erwischt! Ach! Es hat mich erwischt! Ach! Es hat mich erwischt! Jawohl, Herr Hauptmann! Dreh hoch zu dieser Kino oder nach! Ich höre! Ach! Es hat mich erwischt! Schöpfen! 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 In Ordnung! Die Menschen braucht man! Klasse! Ziel zerstört! Zieh den Arsch an, Hans! Braucht jemand Munition? So verstanden. Ende. Sanitäter! Feind direkt für eigene Stellung. Volltreffer! Sie ist zerstört! Gehen Sie den Arsch an, Hans! Gehen Sie den Arsch an, Hans! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Geschützt wird bewegt, Herr Kommandant!